Nationaler Abendspaziergang, Tag der Deutschen Gemeinschaft, Kameradschaftstreffen, scheint ja alles am Arsch vorbeizugehen, Kim Baumann, was? Äh, nein, ey, ich... Und wieso warst du denn nicht da? Nicht ein einziges Mal? Mann, Ralf, ich hab's dir doch erklärt. Halt die Fresse, wenn ich rede! Kim, du wärst nichts ohne uns. Nur ein kleiner Haufen Scheiße. Die Gemeinschaft, Kim, das ist das, was zählt. Ich weiß, Ralf, die Gemeinschaft. Ja, dann tu was! Ich will einen Satz sehen, Kim. Du gehst jetzt Strumpfhosen kaufen mit Nicole. Braune Strumpfhosen. Na los! 7, 8, 7, bitte zur Kasse 3. 7, 8, 10, bitte. Hier, frag das mal. Ah, wann? Das ist die hier. Und die. Und hier die auch noch. Hey, guck mal, wie find's denn die hier? Mit Spitze. Da steht doch dein Jan bestimmt drauf. Oder Kevin, wie heißt der jetzt nochmal? Kim, lass es. Hä, warum bist denn jetzt so angepisst? Weil ich keinen Bock habe wegen dir. Halt einfach die Klappe. Hey, weißt du eigentlich, wozu Ralf 10 Strumpfhosen braucht? Hab ich irgendwas verpasst? Ja. Der Ralf kümmert sich. Um dein Vaterland. Da kannst du sicher sein. Hallo Mädels. Und jetzt muss ich mich auch noch von Kanacken bedienen lassen, oder was? Müssen sie nicht, sie können auch gehen. Mit wem redet die Kanacken-Fotze? So, wir nehmen die hier. Bitte entschuldigen Sie, meine Freundin hat heute irgendwie schlechte Laune, aber das liegt nicht an Ihnen. Ja, klar. Geht's noch? Lass mal gut sein. Das macht 59 Euro. Und dann raus, okay? Ja. Alter, erst fickst du diesen Idioten und jetzt verteidigst du auch noch diese Araber-Schlampe. Oh, scheiße, verdammt. Ich dachte, wir wären befreundet. Was ist denn mit dir los? Was kommt denn als nächstes? Was ist denn eigentlich los mit dir, Kim Baumann? Hm? Was willst du eigentlich? Weg hier. Am besten so weit wie möglich. Dennis! Hä, wo hast du denn die Konsul her? Cool, hm? Dein Alter war nicht zu Hause. Garage stand offen und da hab ich's einfach kurz geschlossen. Was? Wie geil! Komm her! Und jetzt lass uns fahren. Was meinst du? Lass uns jetzt einfach wegfahren. Ich will nach England. Wie, wie jetzt? Ja. Kann doch jetzt nicht einfach, das kann ich doch nicht bringen. Morgen. Morgen Abend ist die Party. Na und? Ja, checkst du? Ey, man, Ulle braucht mich doch. Ja, klar. Und das ist dein bester Freund und ihr kennt euch schon aus dem Buddelkasten. Bla, bla, bla. Und was ist mit mir? Wir hauen nach der Party ab. Weißt du? Versprochen. Also, ich bin jetzt zu Hause. Ach, das war so schön mit dir. Ja, mit dir. Ich freu mich schon so auf Ellenland. Ich will auf jeden Fall richtig viel mit dir knutschen. Ich darf mich hinten sitzen. Guten Abend, Frau Baumann. Hallo, Kim. Hä? Was macht ihr denn hier? Ey, ich muss Schluss machen. Na? Wem hast du da grad telefoniert? Ähm, mit Nicole. Ach, wirklich? Ja. Gib mal her. Nein. Los, gib das Ding her. Nein, das ist mein. Los, gib her. Nein. Das scheiß Ding her, Kim. Los, gib. Oh Mann. So, letzter Anruf. Ach. Na, sieh mal einer an. Hübsches Bild. Aber weißt du, ich hab die Nicole, die hab ich ganz anders in Erinnerung. Was sagst du denn, Erik? Guck mal. Nicole? Ja, hat größere Tippen als die Schwuchtel hier. Aber irgendwie kommt der mir auch bekannt vor. Hm. Hm. W nào? B rocks, ja. W W W W W W W W Untertitelung des ZDF, 2020